jo leute und damit willkommen zurück zu dunkelkorn country 2 dieses conquest mit dem flash mit centus spiel startet wenn ich was sage ja schon mal konnte hier schon mal weisse gleich ein spiel rein das schon wieder mittelfinger ich mag das ja ich weiß du stehst darauf immer nicht vielleicht ja ich mag gleich nichts neues dazu noch ein paar leben hier dann sollte das eigentlich reichen ist das bei dir eigentlich auch normal wenn man sitzen mit einmal mit anfängst mit den fuß zu wackeln oder so nö ich lieg so halb ich habe die anfang mit meinem fuß zu wackeln ich habe meine füße auf dem sessel oder immer meine füße also immer hin und her beide also die automatisch nach der zeit also nicht vielleicht auch heute behindert wie das auch war dann auch so singst und tanzt und spacken was das wissen wir alle das machst du doch gerne immer spacken das kommt immer wenn die cam läuft die fox hat das level 41 leben sollten reichen warte mal ach ja und leben wollen eben hatte ja gut ich wollte erst mal speichern konnte ja auch bei ihr hier machen wird man konnte ja nicht weil wir auch damit haben wollte tschüss kommen ja von der proppen sein vorne proben 11 uhr ja da muss ich wird noch und ich würde 30 machen ja würdest du warum darum da ist sie sind so gut bis zum nächsten post zu kommen bis zum nächsten fliegen warum darum warum weil ich so ein zeichen so eine aufergehung er kann sich nicht beherrschen der leute er sei froh nicht dass ich den ruf des waldes mache ich nur auf der freunde warum machst du das und gehst nicht einfach weiter ich weiß auch nicht nor suis illustration laut ja genau so was ja seit dos sicher sicher ich habe nicht aufgeachtet jajaajaja nö habe ich auch nicht du wolltest noch mal ver zurück um Bildung in mün których zu holen nein ein paar bananen kommt denn dort wenn dann musst du komplett durchgehen dann gehst du von hinten hin wieder bis zurück damit alles wiederДаBEL destroyed jetzt hättest du sterben müssen Meine Oma muss sterben Nee Nicht Genau, schmeiße weg Ich schmeiße die wie ein altes Stück Vieh weg Ja, so wie dich, ne? Fuck Boah, du hättest jetzt sterben müssen Das war gut, ne? Das ist richtig schlecht Ja, ne? So wie du Komm, herf mich Tschüss 14 Also sind 17 schon mal locker drin Ja 20 16, ja, aber 17 Na, ob er den Ballon kriegt Na, spekulieren wir mal noch Ah, okay, krieg ich dir noch ein Leben Zeitlos, spring einfach Ja, warst du zu langsam Ja, und ist mir doch egal Kannst du nur 10 Bananen Vielleicht hat ein Schaden Warte mal Jetzt geh ich erst speichern Nein, darfst du nicht 16 Münzen sind okay Warum kostet er speichern hier schon zwei Münzen? Haben wir damals gespeichert? Ich muss mich doch verarschen, hier tauchen Tauchen Das ist gratis Aber der Endgegner kostet auch schon wieder zwei Münzen Dann geh mal kaufen Zeit, vorsichtig Nein, nein Oh, halt das Maul Lass mich doch Was machst du da jetzt? Ich weiß es nicht Irgendwie ist Hallo? Ja, okay Da muss ich laufen hier Oder was? Muss ich irgendwie springen Oder was? Ich kann nicht nach vorne drücken Dann Oh, ich kann fliegen gratis Du musst doch drücken Waffe Nein, ich dachte mal Ich muss da vorne drücken Nein Nein Bist du hässlich? Ja Ja, das Superlevel Ja, ich hab gewonnen Die Kek spielt Minecraft Wie kommt das denn? Keine Ahnung Im Livestream Langeweile Hab ich noch nie bei ihm wirklich mitbekommen Dass er das gemacht hat Oder Nee, bei dem neuen Nee, da ist er nicht bei Im PvP Achso Macht mir irgendwie Ja, dann ist ja nicht schlimm Er war ja von dem Stream vor allem gespielt dabei Deswegen wollte ich grad sagen Ach ja, ich bin ja dran Außer du stürzt ab und dann bin ich wieder dran Das ist Er hat nicht so wirklich gescheckt, dass ich das mache Machst du das überhaupt? Äh, äh, äh Der Flash will ein dumm Äh Näh, 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 näh Glaub ich dir Ich würd's ja machen, ne? Aber nö Aber nö, zu viel Arbeit, ne? Ja Komm, ich schmeiße weg Weiß nicht, was ich hier mache Weißt du Oh Da wär fast wieder gleiche Fehler unterlaufen Schön da reinlaufen Deine Oma? Nein Oh, meine Oma Was war das denn eben? Hast geglitscht Ich? Nein Doch Kommst du denn da drauf? Du hast geglitscht Du cheatest Eindeutig Mach doch einfach Leben-Cheat an Oder mach doch Ich kann niemals sterben Centos an Flash lässt ein Bot laufen Deswegen schaffst du das so gut Nee Klar Jetzt würd ich nicht so oft abstürzen Ja und? Hast du extra mit reingeschrieben? Achso Das ist besonders bei dem Giftlevel, ne? Da hab ich das extra so lange gemacht Ja klar Mach so Centos ist behindert 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 Ach ja So jetzt mach ich einen Save Und ich kann ja erstmal noch hoch gehen Jetzt mein Save So immer deine Oma? Ja Darum Okay Du musst dir die Münze da unten holen Vielleicht Hey Ushita Da hättest du voll verrecken müssen Nebendran War ja wohl nix Noch sag nicht Das fängt jetzt wieder an zu leggen Klar Und wenn wir merken Und wenn wir merken, dass Nicht anfangen zu leggen Deine Mutter Ich sterbe Uh Du bist ein kleiner hässiger Affe Ach der ist ja gerade gestaub Stimmt ja Du bist so unwichtig, deswegen hab ich's wieder vergessen ja deswegen wort ich so viel leben ich hab das lange nicht mehr gespielt ja 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 ich wollte den schnelle laufen anhaben na ja wollte ich auch so richtig hinsetzen habe ich ja schon mal nicht habe ich 41 leben versuche vor allem würde mir das jetzt schon wieder was kosten wenn ich das mal sagen würde ja warum denn was ja nicht sein bringt eh nix jetzt wieder zurückfliegen ja weil du anfangen das an nur das erste level ich fliegen konnte ja ja ich habe